Ich bin Sreya Inna. Ich habe eine Steuerkanzlei. Ich berate in Deutschland und international Unternehmen aus dem Mittelstand. Ich habe erst mal geguckt, was auf dem Markt fehlt. Damals fehlte auf dem Markt eine türkischsprachige Beraterin für die Migrantenwirtschaft und diese Dienstleistung habe ich angeboten. Durch meinen kulturellen Hintergrund konnte ich auch die türkischstimmigen Unternehmer besser verstehen, deren Wünsche besser zuordnen. Ich berate deutsche Unternehmen, die in der Türkei investieren und türkische Unternehmen aus der Türkei, die in Deutschland einen Fuß passen wollen. Ja, die Nachfrage ist größer als das, was wir bedienen können. Allein in den Unternehmen, Migrant und Hand, die ich betreue, sind mindestens 500 Arbeitsplätze und das sind sehr verschiedene Branchen. So vielfältig wie die Gesellschaft ist so vielfältig, ist auch Migrantenwirtschaft und sie bedienen sich eigentlich auch aus der deutschen Arbeitskräftemarkt und ich sage, die Integration, die wirtschaftliche Integration gelingt einem viel schneller als die soziale Integration. Das muss auch in den Vordergrund. Es gibt auch viele positive Beispiele in unserer Gesellschaft. empoweredот zumells so vielfältig wie die florierten rechnen und dass sich die Beispiele in deratorium übersicht hat. Vielen Dank.